Unser Personalvorstand Ariane Reinhardt. Bei Continental waren Zwangsarbeiter im Einsatz. In den letzten Kriegsjahren waren es dann auch KZ-Häftlinge, die zum Beispiel bei der Verlagerung der Produktion unter Tage eingesetzt wurden. Die Arbeits- und Lebensbedingungen für diese Menschen waren menschenunwürdig. Es war sehr eindrucksvoll, dass Unternehmenskultur von Menschen auf gebührendem Abstand. Bei uns im Studio erwarten Sie Unsinn. Es ist nicht überliefert, ob ein Vorstandsmitglied eines der Lager besucht hat, aber die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern und an den Arbeitsstätten waren für die Mitglieder des Managements zumindest kein Geheimnis. In einigen Fällen lässt sich eine direkte Involvierung belegen. Gerade diese Passagen der Studie gehen mir heute noch sehr nahe. Wegen Continental haben damals viele Menschen leiden und sogar sterben müssen. Unser Personalvorstand Ariane Reinhardt. Also verhaftet wurden ganz wenige, eigentlich nur der Hauptbetriebsratsvorsitzende Jans und ein Lagerleiter. Ansonsten war auch keine Verantwortung vor Gericht. Ansonsten war Nils Fehlhaber und als ganz besonderen Gast Personalvorstand Ariane Reinhardt. Ansonsten war Nils Fehlhaber und als ganz besonderen Gast designer Br reste Bistöme, die 1.2cm Bistöme, die 5.5cm Bistöme, die 1.3cm Bistöme, der 1.4cm Bistöme, der 1.4cm Bistöme, der 2.4cm Bistöme, der 3.4cm Bistöme, der 1.5cm Bistöme, der 2.5cm Bistöme. Untertitelung des ZDF, 2020